Hi Inken. Hi Jan. Wie geht's? Ganz gut, danke. Welcher Superheld wärst du gern? Superman. Warum? Würde es cool finden, so durch die Luft zu fliegen. Schon mal was geklaut? Ne, noch nie. Schade. Mit dem Motorrad schon mal jemanden auf dem Rollator ausgebremst? Nein. Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki? Dirk. Warum? Weil Dirk einfach einer der besten Basketballer überhaupt ist. Ich weiß, du kommst von der Ostsee. Sing folgendes Lied weiter. An der Nordseeküste. Ich will nicht weiter singen. Kannst du einen Ball auf deinen Fingern drehen? Ja. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt frischers Fritze. Zeig uns eine Krimasse. Danke Inken. Bitte Jan. Ich lotte Tricks aus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. إن. Bis dann ein dilat�. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.